Wenn ihr die nächsten Wochen nicht verpassen wollt, dann lasst doch gerne ein Abo da, wäre auf jeden Fall eine korrekte Aktion von euch. So, wir sind mittlerweile schon bei der letzten Woche, beziehungsweise vor dem netten Blockbuster-Skin angekommen, bei Woche 7. Und zwar ist dieser Battle-Pass-Skin diesmal sogar in der Nähe von Tilted Towers, das heißt, da landen normalerweise noch mehr als sonst. Und zwar ist auf dem kleinen Berg, den ich da immer markiere und hinfliege, ist ja logisch, seht ihr ja dann einfach. Und ja, auf jeden Fall, gönnt euch die Battle-Pass-Rufe und wenn das Video euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen und haut da rein. Ciao.